Lasst uns diese Party beginnen! Fikijam! Okay, unser nächstes Ziel ist der veteranische Colonel, die tot ist. SBD für kurz. Wie der Plan aussieht, den zum Kämpfen zu kriegen. Sein Name ist Patton Patrick und er ist unter dem USNA Marine Corps. Du kannst es von hier nehmen, Peeps. Okay! Seine Mech ist ein USNA Militär-Mobil-Unit-Modell TNK-Series 06, Kodename Tank. Tank wurde gebaut, um viel Schmerz zu verhindern. Also, wir haben vielleicht einen schweren Zeit, durch seine platzierten Pläte zu kommen. Auch, er ist ein Spezialist, wenn es zu schredden Armour geht. Mit schweren, potenziellen Attacken. Dieser Mann wurde gemacht, um die Checkpoints in einer Zone der Kriege zu steuern. Es wird nicht leicht, um ihn zu verhindern. Das ist alles, was wir haben. Das wird nicht leicht sein. Alles auf den rechten Arm legen, bei uns wäre nicht schlecht. Selbst wenn wir die Patricks-Atenung bekommen haben. Also, was ist auf deiner Meinung, Kat-Man? Das ist alles. Sie fokussieren auf Knife-Trainung und Cowboy. Lassen Sie das Rest an mir. Ich werde es fertig machen. Oh Gott. Auch wenn ich den jetzt gerade nicht vor mir habe. Wo in der Hölle ist Kat-Man? Ich wusste es. Ich wusste es. Dieser Schmerz hat gerade geklappt. Hey, calm dich, Mann. Ich bin sicher, dass er... Wir sind alle verabschieden. Was sind wir jetzt? Was? Das Gesicht. Hast du das gesehen? Nein. Was? Hast du etwas weiß, was wir nicht? Nein. Nein. Das ist nicht richtig. Wo ist er auf der Hölle gegangen? Keine Angst, Mann. Ich bin sicher, dass er seine Besten für unsere nächste Krieg ist. Er sollte besser sein. Krabbe! Wir sind alle aus Milch. Ich kann etwas für dich. Danke, Junge. Du bist der Beste. Und nicht mir diese Krabbe geklappt. Warte mal kurz. Wieso ist das bei ihm über... Ach, überprüfen, wenn wir storymäßig was machen können. Scheinbar unterreden, wenn es normal ist. Keine Angst, Junge. Ich habe meine Augen auf dich. Keine Angst, Mann. Keine Angst, Mann. Wollen wir heute trainieren? Ich glaube so. Ich muss nur etwas Milch für Duke kaufen. Okay. 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 Sehr seltsam. Auch die Musik ist kurios. Haben wir auch noch nie gehört, oder? Moment. Wenn das... Wenn das der Fall ist, möchte ich mal kurz gucken, ob wir die Musik... vielleicht irgendwo hier... finden können. Nein. Ja gut. Dann gehts. Milch kaufen. Was wird... Dominic Shade... Wolf... Catman... Wie auch immer machen. Wir gehen direkt zum... Supermarkt. Wir könnten natürlich auch zu sie rüber gehen. Die hat bestimmt... Milch... Was los? Oh. Scheiße. Und sie läuft... Ah. Genau mein Humor. Ah. 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 Oh, hallo, Herr Pilot! Was bringt dich hier? Hi, ich schaue etwas Milch. Seid euch, wir haben alle Branden, die du brauchst. Danke. Es ist auf dem Haus. Oh, ich kann bezahlen, es ist kein Problem. Kein Geld für das, wählst du, was du brauchst. Danke. Du bist sehr willkommen. Geh alles, was du willst. Wie geht's Niburro? Niburro? Nebraska? Nebraska! Ah, sie ist großartig. Sie wird heute mit meinem Training helfen. Super. Sag ihr, dass sie bereit sind. Wir brauchen sie bald. Okay. Das ist alles ein bisschen duiert gerade. Magermilch, Sojamilch, Dinosauriermilch? Also auf jeden Fall Ananas und Dinosauriermilch nehmen wir mit. Steinmilch, ja, Kartoffeln, Maismilch auch, Magermilch und Sojamilch. Und die normale Milch. Dinosauriermilch. Dinosauriermilch. Ich denke, du hast ihn schraubt. Geh dein eigenes Geschäft, Brat. Ach, du musst dich mehr romantisch sein, Mom. Romantisch, Mike Foote. Was? Was zur Hölle? Jetzt dachte ich, da dümpelt das Spiel so ein bisschen dahin jetzt mit der Story. Und dann das gerade mit Mei. Das war richtig geil. Und das ist gerade in Grambler und Gambler? Vielleicht? Ja, wir gucken definitiv jetzt als nächstes Mal zu Mei rüber, bevor wir was anderes machen. Krankenhaus und solche Spielereien. Schön zu sehen, Junge. Wie geht's dir? Ich bin gut. Sie ist bereit für ein paar Aktion, Mann. Ah, das ist gut zu hören. Hey, das war eine große Geburtstagsparte, nicht wahr? Wann werden wir noch ein anderes? Im nächsten Jahr vielleicht? Oh, sicher, ja. Das war eine dumme Frage, ich denke. Was? Was? Ich liebe dich. Was? 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 Das ist Charlie. Oh, er ist zufrieden. Oh, okay. Wir können auch nicht mit mir quatschen. Okay. Wie ist denn dein Crush? Hey, Mann. Wie ist dein Angus? Hey. Ich sehe dich um. Hey, Mann. Wie ist dein Angus? Hey. Ich sehe dich um. Das freut mich richtig, dass wir hier mehr Story kriegen. Wie gesagt, ich dachte schon, das Spiel flacht ein bisschen ab, aber... Oh, oh. Das haben die wohl gehört und dachten sich, ne, 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 ne. Oh, was gibt's denn hier Schönes? Herr Piña Colada. Hey, Joy, wie geht's dir? Ich gehe. Also, was wird es sein? Ist es ein bisschen zu früh, um zu trinken? Nö, nö. Oh, ich dachte nur, ich würde überraschen. Wow, du bist wirklich stark. Danke. Danke. Hast du es geschafft? Ich glaube, du könntest eine Chance gegen meinen Meister. Ich mache ein paar Dinge, hier und da. Wow. Ich will so stark wie du sein. Miete deine Vegetarierungen und fahre. Nicht vergessen. Ich will nicht. Wer ist sein Master? Ist es euer Boom? Oh. Der kleine Lutz da drüben. Ich hab gesagt, ich bin gut mit Kindern. Du bist bestimmt. Oh. Na? Selber Kinder und so? Ich kann nicht erwarten, um mein 6-Pack zu bekommen. Oh, mit ihm können wir gar nicht reden? Jetzt? Okay. Moment. Kannst du Klavier spielen? Oh. Oh. Auch nicht besser. Geh weg vom Piano. Jetzt. Aber es wird nichts nach ihm geworfen. Okay. Immerhin ein bisschen anders. Nicht viel, aber ein bisschen. Solche Kleinigkeiten gefallen mir. Ja. Moment. Andere Musik jetzt. Nee. Okay. Ich dachte gerade schon. Können wir mit dir auch die Ananas anquatschen? Ja. Und er wundert sich da nicht? Oh. 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 Och. Oh. Hey Dude. gute worte für den guten fancy check da lässt dann geben wir die steinmilch dinosauriermilch maismilch sojamilch alles milch was wir haben alle milche alle alle milche das ist keine milch die er da gerade getrunken hat das ist keine milch die er da gerade getrunken hat sorry dude kein problem du solltest eine walk von time to time get your head out of this it's all good is going on i'm trying to get some sleep dann könnte er eine batterie draus drehen hier ist die milch oh danke kiddo ich habe mich am liebsten morgen wahrscheinlich klaut die katze die milch auch geht jetzt auch ein bisschen story mit der katze verwandelt sich die zwei tage bis tank das heißt also wir haben den kampf no sona cat man ich habe alles aus milch was ist das wie soll ich das machen das ist alles was wir jetzt machen kauf mehr milch kauf mehr milch wir haben doch sieben verschiedene milch gekauft wir haben doch sieben verschiedene milch gekauft das ist ja das ist ja fast wie ein fiebertraum mal gucken ob die leute was anderes sagen vielleicht treffen wir wieder auf may das wäre so gut das wäre so gut auch wir können jetzt gar nicht mit ihm quatschen barbara liebst du uns immer noch ich liebe dich was barbara liebt uns immer noch ich glaube deswegen ist der eifersüchtige saukerl bei mir ich will noch mal may treffen nein oh dachte ich passiert noch mal was peinlich ist und dann flucht sie rum dass das war so gut pilot man hey pilot man bist du ein guter älter was wir werden morgen eine kompetition halten mami wird heute Abend gemacht oh wie geil kimchi ich liebe es ja wir haben so viel davon bekommen dass wir entschieden dass wir nichts zu verletzen lassen warum kommst du da rein was für eine kompetition ist es wahrscheinlich kimchi im Bett essen du musst nur aufhören bis du überrasst der letzte Mann oder eine Frau oder eine Frau oder eine Kreature aufhören eine Reise eine Reise was das klingt cool ich werde sicher dass es extra süß ist oh das Gesicht naja du solltest schauen ob irgendwelche deiner Freunde wollen ich glaube Gangsta Man ist ein bisschen ein Eterer aber du wirst es nicht das ist großartig ich will sie ist nicht dabei er hat etwas zu tun ich verstehe was anderes kann ich dir helfen Milch hast du noch mehr Milch? wahrscheinlich konnten wir deswegen nicht mit Boundyhawk quatschen meine kimchi ist super heiß ich frage mich, ob du es aufhören kannst ich liebe spicy Sachen hm das ist gut zu wissen ich liebe kimchi ist das beste möchtest du koreanische Kuisine, Herr Pilot? ich liebe es ich liebe es das ist auch geil also noch eine Ananas Ziegenmilch Wassermilch hm Schokomilch Milch und Milch? nur Spaß das ist getarnte entramte Milch ahaha wie gut wie gut ich habe die ganze Beschreibung nicht gelesen von den anderen Milchteilen Mist schade schade ich glaube in der Postproduktion werde ich da mal auf Pause gehen May bist du es wieder? ja noch ein Hundescheißerhaufen schade 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 wir gehen auf eine Datein w www w? w? noo soo was wir machen jetzt? w w w ich habe nie darauf angefangen zu diesem Teil. auch Gott, wie süß mir auch ach Gott, wie süß du hast, keinen Bartotten, Niemand? Ich glaube nicht. Was für ein Verlänger. Was über Frauen sprechen? Ich habe keine Ahnung, Mann. Warum kenne ich mich, Mann? Ich weiß nicht, Mann. Bordig! Hey, ich bin sorry. Bin ich weiss? Nein! Nein, nein, nein! Nein? Nein, ich sage mein Lieber nein. Ist das eine Antwort oder eine Frage? Ja. Ich denke, wir sollten uns zusammenbrechen. Weg zu gehen, Ladykiller. Das ist bestimmt so richtig. Meister! Oh! Es ist du! Oh! Hey, Mann! Ich muss Dinge sehen. Du siehst wirklich wie mein Meister. Dein Meister? Ja. Er trainiert mich, um ein honorable Warrior zu werden. Das ist großartig, Mann! Ich habe auch einen Meister meiner eigenen. Wirklich? Er muss so stark sein. Ich weiß nicht, ob ich das weiß. Es wird skurril. Ich mag es. Ich mag es. Ich mag es. Was mache ich denn als Folgentitel? Und als Thumbnail? Alter, da ist so viel weirdes Zeug momentan in der Folge. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ihr wisst das natürlich jetzt schon seit gut 20 Minuten. Die quatscht nicht mit uns? Du? Ach, wir können nicht... Sie ghostet uns! Sie ghostet uns. Die ganze Familie ghostet uns. Außer wenn es ums Geld geht. What the fuck? Ihr könnt nicht mal fragen, ob die mitfressen wollen. Oh, come on! Er wird noch... Moment, steht das da, wen wir fragen müssen? Für Duke Dude. Ne, das ist nur Kaufmeilch. Wir haben gar keine Aufgabe von wegen. Ich finde Leute fürs Wettessen. Vielleicht machen wir das dann zum Feierabend am Tisch. Ich kann immer noch nicht mit ihr quatschen. Ja. Professionelle YouTuber würden das jetzt einfach rausschneiden. Aber ja. Souverän und professionell wird anders bei mir. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wir vergessen jetzt aber auch Fancy Jack nicht. Auch wenn hier nicht groß was anders sein wird. Und ich werde noch mal Hallo sagen. Hey Dude. Hey Dude. Du magst Fleisch? Ich weiß, wie man den perfekten Teriyaki machen kann. Lass uns zusammen essen, wenn du wachst. Das ist eine Veranstaltung. Ach, das ist schon cool. Da gehe ich auf jeden Fall jeden Tag hin. Vor allem wenn jeden Tag was anderes erzählt wird. Und hier ist immer noch nichts Neues. Ich werde da trotzdem mal hier. Ich sagte schon, läuft da weiter. Die Ananas überprüfen. Man kann ja nie wissen, ob da irgendwann mal was getriggert wird. Und ja, wir müssen nur noch Fancy Jack vollstopfen mit Ananas. Aber das wird immer noch nicht so ganz gut funktionieren jetzt. Während der im Koma liegt. Mit einer Infusion wäre das auch nicht so geil. Mit einer Infusion wäre das auch nicht so geil. Also. Ich rede jetzt noch mal mit den Leuten hier im Hangar. Die werden nichts anderes sagen. Was ist passiert, Junge? Ich weiß nicht, Mann. Die Zeit fliegt heute wirklich. Aber ich habe deine Milch gebracht. Kala sagte, sie werden eine Führungspielung halten. Eine Führungspielung? Ja. Du musst nur essen, bis du rauskriegst oder was. Der letzte Mann stand, gewinnt den Weg zum Meer. Die Meer? Das habe ich gesagt. Wir müssen gewinnen, Donkey! Ist es... Fleisch? Nein. Nur Kimchi. Ich glaube nicht... Das ist deine Lebensmission, Donkey! Ich denke, ich werde auch in die Komponente gehen. Die Meer, die größer. Ich glaube, wir können ein bisschen Geld saveen. Auf geht's! Auf geht's! Piep'o! Du kriegst doch eh nur Sand ins Getriebe. Oh, Mann. Stell dir das mal vor. Wer einmal am Strand gewesen ist, weiß das. Sand in der Badehose oder im Schwimmanzug. Bikini was auch immer. Stell dir das mal als Roboter vor mit... Zahnrädern und so. Ich bekomme noch mehr, Junge. Mach das wieder! Täglich grüßt das Mundetier, ja? Ich werde heute wie ein Hund essen. Wenn alles übernommen wird, werde ich meine Mutter zum Meer nehmen. Es ist ein Schade, ich kann nichts essen. Ich werde euch in dieser Ernährungs-Kompetition zerstören. Ich versuche, du wirst es gewinnen, Donke. Der Meer ist es! Das wird so viel Spaß machen! Ich liebe dich! Ich liebe dich auch! Warum? Ich liebe dich! Er könnte ordentlich Kohle mit der Ziege verdienen. Ich liebe dich! Oh, du kamst! Ähm, wir haben nur die Sachen für die Kompettation geschlossen. Moms Kimchi ist das Beste. Es ist süß, wie der Teufel. Oh, schiech! Deeeelicious! Hm. Würdest du uns helfen, mit der Tafel auf die Tafel? Natürlich, Mann! Natürlich! Ich glaube, das wird es tun. Lass uns jetzt die Kompettoren einstellen. Willkommen zum ersten Rambler & Gambler-Food-Kontest! Ohne uns! Wer nur Mei da? Okay. Heute werden Sie alle mit der Säukis-Special-Hot-Kimchi gefühlt werden. Was hat sie gesagt? Der letzte Mann oder Frau, Pferd oder Kreaturen stand, wird der Kompettin gewonnen. Der Kompettin bekommt einen Tag zum nächsten Beach, um eine ganze Woche in ein Luxury-Hotel zu vermitteln. Bring ihn an! Wie der in den Dämonen-Status verfällt und uns alle über den Haufen frisst. Ach, halt, warte! Da rechts ist ja hier... ...der eine Verrückte. Bitte, Kompettoren, nehmen Sie die Plätze und beginnen! Okay. Button-Mashing, hm? Okay, wenn das immer nur... ...Y-A ist, hätte ich hier den Controller auch anders halten können vorher. Und der Winner ist... ...Nebraska Jones! Das war lustig! Hier ist Ihr Preis. Ein Tag zum Meer mit einem Kompettin von Ihren Wahl. Das war wirklich beeindruckend, das muss ich sagen. Oh, nimmt sie Shade mit. Jetzt enden wir diese Mühe. Water! 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 Ich hab gehört, Milch soll helfen. Hehehe. Hehehe. Das war ein lustiger Tag. Nein, das war nicht. Danke Gott, dass es jetzt ist. Schade, dass wir so den Tag gleich beenden. Ich hoffe, wir haben nichts verpasst. Wir haben nicht mit Fancy Jack gesprochen. Ach, come on. Come on. Warum ich schade, dass das nicht drin ist. Oh. Hey. Geil. Wir haben heute eine Kampf. Oh, wie gut. Wie gut. Ah. Scheinbar haben wir einen Kampf morgen. Leute, macht's gut. Bis dann und ciao.